Mit Twin Worlds stellt Displayed seine nun schon 20. Ultra Limited Edition vor und diese strotzt nur so vor Effekte. 300 Exemplare werden hergestellt, als spezielle Features wird es silbernden Glitter, holographische sowie Glow-in-the-Dark-Effekte geben. Die Displayed-Bewertung ist diesmal eher positiv ausgefallen. Die Displayed-Bewertung ist diesmal sehr wichtig. Wie schon bei Stormcaller Rageen geizt auch dieses Displayed nicht mit holographischen Effekten. Die Kombination der hier gewählten Features wie Glow-in-the-Dark und Silberglitter werden die Ultra Limited Edition weiter auf. Die Darstellung der Drachen sowie die im Hintergrund dargestellte Kreisfläche, welches als verbindendes Element beider Seiten dient, sind ebenfalls sehr gut gelungen. Hier sehen wir beide Displayeds vom selben internen Künstler Shizaku zusammen. Meines Erachtens ist es eine sehr schöne Ultra Limited Edition geworden. Displayed muss allerdings etwas aufpassen, die holographischen Effekte nicht allzu inflationär zu verwenden. Wie ist eure Meinung zu diesem Displayed? Hättet ihr dieses Motiv lieber als normale Limited Edition gesehen? Und sind euch die vielen Effekte vielleicht schon zu viel des Guten? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Weitere Informationen sowie die Links zum Displayed findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.